Ja, ich muss offen gestehen, nach dieser Leistung muss ich sagen, ich gebe auf, weil das, was ich hier abliefern würde, das wäre nur peinlich. Ich fand das ziemlich krass. Also, mir wäre es peinlich. Ich kann auch noch mal was Fertiges spielen. Das wäre mir lieber. Naja, aber was muss, das muss, ne? Ich komme nicht drumrum. Oh ja, danke schön. Das hätte ich jetzt vergessen. Ja, also seid nicht verschreckt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wenn euch meine Musik von vorher gefallen hat, könnt ihr trotzdem meine CD kaufen. Ja, es ist ein Blues geworden. Es hat sowas mit Besoffenheit zu tun. Naheliegend. Ich weiß es nicht, was los war. Vielleicht war ich besoffen. Mein Mund, ein Arsch, ein Becher und mein Hosenschal ist offen. Oh yeah. So bin ich aufgewacht. Baby. Käsekuchen in der Achselhöhle und mein Hirn ist wie gebübelt. Ich fühl mich so hoch, als wärst du mich letzte Nacht an die Wand gedübelt. Ich soll einen Song schreiben. Ein Wort davon ist Affe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh yeah, Baby. Ich war Astro von Nell. Das ging jetzt ziemlich schnell. Nicht so schnell wie ihr Song. Und ich hoffe, dass ich trotzdem noch ein bisschen Applaus bekomme. Ich war Astro von Nellom. Vielen Dank.